Und ich fluchte, will ich nie mehr ins Gefängnis gehen. Im Gefängnis in Basel bin ich gefoltert worden mit schwerem Rauch. Eine Woche lang habe ich einen Arzt verlangt. Es ist kein Arzt gekommen. Das ist eine Sauerei. Wir leben in einem Verbrechenstaat, in einem Dreckstaat. Und ich werde die Stadt verlassen. Das ist mein Abschiedsgruss an Basel. Meine Flugblätter. Ich habe gekämpft fürs Gleibasel. Untertitelung des ZDF, 2020